Ach so, stimmt, ja. Wir dürfen noch zwei nehmen. Das ist ein bisschen tricky. Das ist hart, ja. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir die beiden Jungs am Start. Marco und Felix, wie geht's euch? Alles gut? Alles top. Wir bauen heute das erste VBL-Team für den BVB. Ist ja mal was ganz Neues, dass wir jetzt am Start sind in der virtuellen Bundesliga und deswegen dachten wir uns, historischer Moment, nehmen wir die beiden Jungs hier direkt mit rein, weil die haben dieses Jahr eine 99er Pro-Karte. Also ihr habt beide eine 99er Karte in dem Modus. Das wird von unserem Team so ausgewählt. Du hinten robust, stark, kannst überall spielen. Und du vorne ein bisschen Dribbling und ein paar Tore schießen. Und ja, wir werden jetzt gemeinsam das Team bauen. Natürlich gibt es da auch verschiedene Sachen, auf die man achten muss. Zum Beispiel, man darf nur zwei Spieler pro Verein nehmen. Also wir können jetzt nochmal zusätzlich zwei BVB-Spieler zu euch hinzupacken. Und sonst von jedem Bundesliga-Verein auch zwei Spieler. Und ihr dürft eine deutsche Icon reinpacken und eine Bundesliga-Hero. Diese zeige ich euch dann gleich alle. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an im Tor. Das sind so die Spieler, die alle am Start sind. Und die spielen dann auch mit diesem Rating. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel auch Kobel nehmen. Dann habt ihr aber dann nur noch einen BVB-Spieler übrig. Ah, okay. Also wir dürfen zwei BVB-Spieler extra nochmal zu euch nehmen. Ah, okay. Also ihr seid auch gesichert. So we can choose two BVB-Spieler. Ja, ja, aber sind wir schon da drin? Ich packe euch gleich rein, ja. Okay, okay. Und dann nochmal extra zwei. Genau, also insgesamt vier. Boah. Ja, entweder Greg oder Manu. Ja, ja. Die Frage ist... Wen können wir denn noch dann für, weißt du? Ihr müsst da schlau wählen, weil ihr könnt dann auch noch andere Spieler vorne nehmen. Vom BVB natürlich. Oder Verteidigung. Ja, aber wir dürfen nur zwei von. Ja, deswegen müsst ihr euch gut entscheiden. Was sagt ihr? Okay, dann nehmen wir Neuer. Okay. Wir nehmen Neuer. Nehmen wir den. So, wollt ihr IV anfangen? Machen wir mal hier. Ja, IV, komm. Okay, hier haben wir dann auch zum Beispiel die erste Hero, das wäre Cola. Und wie viele Heroes darf man? Eine einzige. Nur einen? Ihr habt ja noch die Möglichkeit, Berbatov zu nehmen, Mario Gomez, Lisa Rasu, Linksverteidiger. Lucio auch, Ricken, Rosizky. Uff. Da gibt es schon einige noch zur Auswahl. Gehen wir mal nach unten, weil wir brauchen auch ein bisschen Schnelligkeit. Ja, Pace ist wie immer sehr wichtig. Du kannst Niki nehmen. Niki hat Pace, oder? Niki? Ist halt Niki Pace? Es ist einfach gut, dieses Jahr gibt es ja dieses neue Playstyle Plus. Das zeichnet die Spieler dann besser aus und der hat hier zum Beispiel auch so einen ganz guten Wert, mit dem man spielen kann. Deswegen, also ich fand den auch sehr stark. Würdet ihr sagen, ja? Dann habt ihr schon euren ersten Spieler von BVB mit drin. Ach so, stimmt, ja. Ihr dürft nur zwei nehmen noch. Ah. Das ist ein bisschen tricky. Das ist hart, ja. Wenn wir vorne oder so machen wollen? Schnelligkeit? Gehen wir wieder runter, das war's. Ja, Karim ist halt Schnelligkeit, ne? Ja. Simakhan? Ja, was? Ja, komm. Simakhan? Ja, oder Klostermann, was sagt ihr? Klostermann ist schon schnell, ne? 81. Aber ich glaube, im gesamten Simakhan ist schon... Ja, und wenn ihr jetzt noch eine Special-Karte bekommt, dann darf man die auch reinpacken, also wenn ihr einen Upgrade bekommt. Also Hummels ist schon sehr stark im Game. Ich finde, ein bisschen Schnelligkeit noch, Niki ist schon schnell. Schon wichtig. Ja. Oder? Ja, und sein Sprint-Speed ist, glaube ich, auch besser. Okay, ja. So, machen wir mal Linksverteidiger. Hier ist jetzt nicht so viel Auswahl. Also Davis ist dieses Jahr auch schon sehr krass. Ja, Faces, Geist gar nicht. Ich glaube, den müssen wir nicht, weil... Der hat auch diesen Play-Style, das haben nicht viele, dass der extrem schnell beschleunigt beim Antritt. Also ich würde lieber Rafa nehmen, aber... Er kennt ihr. China's Day-Franza. Ja, also nicht viel Tempo, aber passend so ist schon Dribbling gut. Aber für das Spiel. Aber für das Spiel ist Tempo halt wichtig, oder? Ja, sehr wichtig wieder. Ja, dann lass Davies nehmen. Okay. So. Rechtsverteidiger. Hä? Das... Frimpong. Ist nicht da, oder? Wer? Frimpong? Ja. Ich müsste... Vielleicht ist der RAV. Also der ist auch sehr stark dieses Jahr. Hätte ich ja schon mal auf den Leverkusen-Spieler. Ja, den nehme ich schon als Rechtsverteidiger. Ja, den gibt's auch. Ja. Ja, würde ich das auf jeden Fall nehmen. Jetzt hätte aber auch noch links, glaube ich, Lisa Rasu nehmen können, die Hero, wenn ihr die nehmen wollt. Ja, aber die Heroil machen wir ein bisschen weiter vorne. Okay, lass uns dann euch erstmal reinpacken. Holst du spielen. Mittelfeld, ne? Ich glaube, du kannst noch Mittelfeld. Jetzt hast du ja noch nicht die 99er-Karte. Ich spiele vorne, ja. Ja, mit 99er-Karte ist schon krass. Krass, ne? Du könntest gefühlt auch Innenverteidiger spielen. Ähm... Ich denke dann, wir können noch... Wie viel noch ein? Niemand von... Noch ein BVB-Spieler? Und ein Hero, ne? Ja, und eine Icon noch, ne? Und eine Icon. Icon gibt's da auch noch. Baller, Klose, Lahm, Matthäus, Müller, Schweinsteiger. Matthäus ist stark auf dem Spiel, ne? Wo hatten wir Rosicki? Ja, aber dann können wir dir die angucken. Rosicki? Was für Rating wir haben. ZOM. Da kann er noch spielen. Rechts, rechts, kann er auch spielen. Aber rechts auch, brauchen wir Schnelligkeit. Ja, rechts und links brauchen wir. Wahrscheinlich Karim, ne? Ja, Karim, würde ich sagen. Ja. Da haben wir Karim da hinten. Ah, ist ein guter Spieler, ne? Aber was für Weakfoot hat Karim? Ich glaube nicht so gut. Also der ist so wie schnell an den Außen. Und er kann auch rechts spielen. Er hat halt auch diese... Aber im Vorzug links, ne? Ja. Er kann auch diese Fähigkeit wieder, dass er schnell durchzieht. Der hat 96 Tempo. Also mit dem kannst du schnell über Außen kommen. Sagt die Karim? Ja. Okay, dann habt ihr jetzt alle, voll, alle BVB-Spieler. So, links, sagen wir da. Vielleicht brauchen wir einen Hero oder so links. Ja, ich würde auch sagen. Aber gibt es da jemanden, der links spielen kann? Ich glaube nicht, ne? Nein. Rosicki kann doch. Da müssen wir Karim tauschen, ne? Dass Karim nach links geht? Ja, das geht auch. Aber wie viele Heroes gibt es? Eine, also es gibt hier verschiedene. Es gibt es noch Berbatov, Mario Gomez, Kola Innenverteidigung, Lisa Rasul links, Lucio, Reken, Rosicki, Smolarek und Völler. Völler ist auch stark im Sturm. Das stimmt. Und Rosicki auch noch, ne? Der ist nicht darauf gelistet. Wer hättet ihr sonst noch im Sturm? Das ist halt die Frage. Wen könnten wir noch im Sturm? Kannst du noch einmal auf Sturm? Ja, wir können mal gucken, ja. Boniface. Oder haben wir schon zwei Leer Krüven? Nein, nein. Wir haben nur einen. Aber Boniface, seine Karte ist, glaube ich, noch nicht so gut. Noch nicht so gut, ne? Ne. Ich glaube, dieser Stürmer, der 91 Geschwindigkeit hat. Völler? Smolarek. Ja, der ist auch. 90 Dribbling. Er ist halt sehr klein, glaube ich, ne? 1,71. Also Völler ist auf jeden Fall stärker. Ja, Völler ist auch stärker, ja. Wollt ihr eher sagen Völler oder Rosicki? Ja, aber ein Völler hat auch 90 Schnitzel. Wir müssen aber gucken, wir mal rechts nehmen, ne? Also wie ich wäre bei Rosicki, aber Stürmer ist halt schwierig, ne? Dieser voller Stürmer machen wir. Ja, lass uns mit Völler gehen. Na, komm. Okay, er hat zwei Positionen. Vielleicht müssen wir ja... Einen tauschen? Ja. Einen von uns, glaube ich. Was sagt der Eiken? Ihr habt ja auch eine Eiken, die ihr noch nehmen könnt. Schweinsteiger, oder auch Matthäus. Matthäus ist echt stark. Matthäus ist stark, ja. Ja, dann lass uns den in die Mitte packen. Wir können den Innenverteidiger wechseln. Dann packen wir Süler raus. Wir können auch den nehmen, der ist auch hoch. Schnell. Einen klempigen? Ja. Ja, let's go. Ja. Why not? Ja, auf der linken Seite. Links IV. Achso, willst du auch weg? Nein, nein, sie zwei tauschen, weil das ist links. Und dann Greg tauschen mit Neuer. Und dann können wir Serge oder Liga tauschen. Ja, stimmt, ja. Oh ja, Liga. 91. Liga ist schon stark. Liga ist schon stark, ja. Okay. Ja. Okay, seid ihr jetzt zufrieden mit eurem Team? Ja, ist gut. Ist gut. Ja. So, Leute, das war's an der Stelle vom Video. Unser Team steht auf jeden Fall. Die Jungs haben beide eine 99er-Karte. Das wird auf jeden Fall sehr krass werden. Ist, wie gesagt, ein historischer Moment. Erstes Mal in der Geschichte der VBL, der BVB mit am Start. Ja, danke Jungs, dass ihr am Start gewesen seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir freuen uns auf die Saison. Lasst einen Daumen da. Haut rein und ciao. Ciao.